Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Heute ist wieder Challenge Time mit Rampart und ihr könnt es euch auch schon denken, wir spielen heute die Only Sheila Challenge. Was heißt, ich darf nur Ramparts Ult als einzige Waffe verwenden, sonst keine andere. Das könnte ziemlich lustig werden. Legen wir los, let's go. Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Und heute hat das Glücksrad entschieden, dass wir die Only Sheila Challenge machen. Und zwar Johannes, du darfst nur Sheila benutzen, also deine Ulti. Du darfst auch Granaten aufheben, aber sonst darfst du nichts benutzen. Ja, verstanden. Ei, ei, Captain. Ich fand es mir so witzig, dass du gesagt hast, wir die Sheila Challenge machen. Die muss eigentlich eigentlich bloß ich machen. Aber ein Goldschild ist eine actually richtig geile Voraussetzung für die ganze Sache, weil mit einem Goldschild kann ich mich ja wirklich easy heilen. Ach, ich bin der Ober und ich... Kommt da alle raus, ich kann euch wie gesagt erst in zwei Minuten helfen. Dann lass mal zusammenbleiben hier. Und findet mir, findet mir, findet mir einen Ulti-Charger. Ich brauche jeden Ulti-Charger, den du fliegen kannst. Das müssen wir mit ihrer Ulti machen dann auch. Ja, ja, ich hab noch meine Ulti noch nicht. Ja, sobald du ready ist, dann fighten wir, okay? Das ist ein Ulti, dann bleiben wir ein bisschen safe. Okay, dann würde ich aber das Ding nicht hochfahren, sondern ich würde genau in die andere Richtung gehen. Das war ein Missclap. Na klar. Ist okay. Wie weit ist das in der Ulti, erzähl mal. Boah, das wird richtig krass. Also das wird schwer. Das wird richtig schwer. Das schaffen wir. Oder du schaffst es. Ja, 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 ihr covered ja. Leisten dir seelischen Beistand. Ja, genau. Aber hier ist halt kein Ulti-Charger, das ist halt auch für ein Boah-Base. Die kommen rüber. Die kommen rüber. Wir müssen weg hier. Wir müssen, wir müssen, wir müssen. Nein, 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 nein. Hier liegt keiner. Bringen wir uns nichts. Wir müssen hier rum rotieren. Wenn die hier rotieren, wir müssen da rüber. Dann haben wir quasi einmal Plätze getauscht. Und dann können wir chillen. Bis mein Ulti voll ist und dann können wir rein. Vielleicht brauchen wir das gar nicht. Hier ist ein Blue-Backpack drin. Was? White Shield. Ich habe es gleich, 70%. Das ist noch ein ganzes Stück. Oh nein, aber der ist alone, der ist alone, der ist alone, der ist alone. Dem seine Mates, glaube ich, sind woanders. Wo, 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 wo? Im Haus? Burn, Baby! Er brennt, er brennt, er brennt. Amazon. Nice. Oh Gott, Fusey. 90%. What? Hä? Oh! Was, was, was? Ich stelle nicht mal in den Flammen drin. Lol. Okay, das ist ein Bug. Oh, oh. Ich habe den Knackenpflaster dazu geworfen. Ich kann euch, jetzt kann ich euch helfen. Okay. Holt ich gleich. Ja, warte mal. Okay, die kommen, die kommen von uns, die kommen von hier, die kommen von hier, die kommen von hier. Ne, tun sie nicht. Doch, komm, doch tun sie. Versuch mich mal zu holen, wenn er da ist. Okay, das ist, das ist, das ist nicht gut. Der ist da. Versuch mal, versuch mal, versuch mal. Der ist aber schon da. In Cover. Oder geh rauf. Oh mein Gott, was? 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 Ich bin fest down. Wir holen nicht, wenn er hier... Oh, Fuse ist so nervös. Wir holen nicht, wir holen nicht, wir holen nicht, wir holen nicht, wir holen nicht am Respawn. Kein Stress. Aber die Ashe ist down. Aber die Ashe kann runter droppen. Alter, das ist mega hard. Komm, bitte. Nice. Schön. Ich gehe zum Respawn. Ja, warte, jetzt muss ich sie aber eigentlich platzieren, oder? Damit ich wieder neue kriege, eine frische. Ja, natürlich. Ne, du musst sie aufbrochen. Ja, so, mancher, mancher, mancher. Ja, klar. Kann ich die kaputt machen, dass sie kein anderer verwenden kann? So gut kennt me Brampart nicht aus. Ich weiß es actually nicht. Ich auch, ne. Sorry. Ja, alles gut. Ja, kann ich. Ah, geil. Okay, das ist cool. I like that. Das ist eine interessante Challenge, das ist mal was anderes. Ja. Und macht es bis jetzt Spaß? Ja. Joa, war okay. Ich würde zwar gerne den Cargo hier abschießen. Ich würde zwar gerne den Cargo hier abschießen. Aber ich kann ja nicht. Das Ding ist halt, hier ist halt kein... Wir können eigentlich zu Landslide weitergehen. Wir haben mich gelootet, die Kekse. Ja. Und dann bei Landslide eine Lobastore stellen und gucken, dass da so viele Ult-Charger wie möglich drin sind. Ich habe einen Ult-Charger gerade gefunden. Oh, nice. Kannst du mitnehmen oder brauchst du ihn? Nein, ich nehme den mit. Okay, sehr schön. Okay, okay, okay. Das kriege ich schon hin für dich. Aber der Anfang war ganz okay, muss ich sagen. Also, dachte kurz, die Ash bekommt mich. Hätte mich auch was bekommen. Das war ultra knapp. Aber Ramparts Ult regelt halt trotzdem. Hast du lieb, wenn du möchtest? Ja. Do your thing. Es liegt so wenig Ult-Charger rum. Das ist unglaublich. Einer. Am ganzen Spot. Ein einziger. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Okay, nice. Also zwei. Dann geht's. Dankeschön. Es ist so weird, dass das Inventar so leer ist. Habt ihr irgendwo zufällig Granaten gesehen? Ey, ich habe ein paar, komm her. Drei Stück. Nice. Kannst du alles haben. Und mich hast du auch, ich bin auch eine Granate. Nimm mich. Hier, take me. Oh ja, Hallöchen. Hallöchen, was sind Sie? Hallöchen. Okay. Warum endet das immer so bei uns? Warum? Weil wir cool sind. Ah ja. Das hier. Hier unten waren gerade irgendwo Fights. Bei Staging, glaube ich. Da gehen wir hin. Actually. So einen Ult-Charger würde ich noch gerne nehmen. Dann hätte ich drei Stück. Das wäre akzeptabel. Ja, aber leider nicht. Schade. Oh, dann nehme ich den Boat. Okay. Was für eine Friedenstifter findet und einen Peacekeeper. Dann nehme ich den. Oder halten. Ist gut. Das Ding ist, ich kann ja theoretisch. Das war sehr gut. Wobei hier war doch keiner. Einfach meint. Aber hier kannst du deinen Shop stellen. Hast du den schon wieder, Silly? Äh, ja. Stell ihn mal hier hin. Ich habe so Bock auf Peacekeeper gerade. Ja. Dankeschön. Ah, kein Thema. Nice one. Komm, also ein Ulti-Charger muss mindestens da sein. Aber hör doch mal, was ich habe. Sofort, 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 sofort. Da ist einer. Perfekt. Äh, was? Guck mal, was hier liegt vor dir. Ich würde es ja gerne nehmen, ne? Schau es dir mal ganz genau an. Ja, ist ja gut. Ja, ich schau es dir da ganz genau an. Ich darf ja nicht. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ja, das war das Glücksrad. Das Glücksrad. Ja. Vielleicht du machen? Ja. Jo. Ja, wo sind denn dann die? Entweder bei Harvester oder bei Stage, äh, bei Thermal. Denke mal bei Thermal. Ja, denke ich auch tatsächlich. Ich bin sicher schon welche, aber bei Harvester werden die meisten noch sein. Ja, maybe. Oder noch Landslide? Weil die Zone ist ja noch riesig. Die Zone ist ja noch riesig. Bei Countern ist wahrscheinlich nichts mehr. Und auch wobei, die aus Skyhook könnten da noch sein. Ja, keine Ahnung. Schwierig. Hier war auf jeden Fall nichts. Da war was. Aber wo? Tendenziell eher die Richtung. Ja, hier. Die sind da entweder lang gegangen und dann wahrscheinlich hintenrum zu bauen oder so. Hä, wo sind denn die ganzen Leute? Das gibt es doch nicht. World's Edge ist jetzt echt nicht so groß. Auf Stormpoint würde ich sagen, ja okay, aber World's Edge, come on. Da drüben, da drüben, da drüben. Alter, ich mit meinem Adlerauge habe ich das hier ganz, ganz genau wie das gesehen hier. Ich würde sagen, wir nehmen Jump Tower. Ne, lass Jump Tower nehmen. Ja, safe. Oh, schöner Slide hier. So muss das sein. So ist das geil. Aber actually müssen wir gar nicht in die Zone mit reingehen. Theoretisch nicht, aber ich würde ein paar Kills machen. Wir können auf die Brücke rauf und warten. Da, 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 unten, da, unten. Ja, perfekt. Okay. Ich gehe direkt runter. Das ist ein bisschen YOLO, aber egal. Läuft er lang. Ich habe es gesehen. Wo sind seine Mates? Ah, hier. Nice. Ist hier? Das ist geil. Das ist geil. Oh, neues Team. Neues Team? Ja. Wir müssen eine andere Position suchen. Das ist nicht cool. Ach, vor uns neues Team. Wir müssen hinten raus. Lass mal kurz auf die Weglaufen hier. Ja, müssen wir. Weiß nicht, ob ich meine Ult platzieren soll oder nicht. 10 Sekunden. Oben ist halt auch noch ein Team, ne? Wir müssen hier komplett weg. Auf die Brücke. Da wird noch ein Team hinter uns kommen. Boah, die treffen aber insane gut. Okay. Ja, Junge, komm doch mal runter, ey. Die machen halt keinen Damage an mir. Ich nutze meine Ult ein bisschen. Von wo denn? Hinter uns hier. Ja, auf dem Dach. Ja, aber vor uns auch. Ja, aber vor uns auch. Ich muss move'n. Sehr gut. So, den heizen wir mal ein bisschen an den Kollegen jetzt hier. Es reicht. Gibi ist krank. Damit ihm. Ah, Kollege. Kenne ich nix. Wuhu. Das Team von hinten wird da gleich third party, ne? Was krank? Wo? Ich bin gleich tot. Hinter uns. Hinter uns. Ich glaub, die hinter uns kommen. Lila. Lila, Fretline. Lila? Ja, aus Rhymefurt Store. Hey, wo sind die hinter uns hin? Die waren doch da gerade dran. Wir haben Angst bekommen. Oder waren es die, die unter uns jetzt gerade waren? Ne, das waren andere. Ne, das war ein anderer. Schon, oder? Ja. Die Frage ist, wo ist ein Ulti-Charger? Ich brauch noch ein paar Ulti-Charger. Und wir müssen mit dem Jump-Head. Wir müssen mit dem Jump-Tower. Wir müssen hier auf jeden Fall lose. Lila. Lila. Ja. Ich auch für. Hm. Die sind einfach abgehauen. Hä? Ich dachte, die third party nehmen uns jetzt hundertprozentig. Aber gut, auch nicht schlecht. Wir haben gesehen, dass sie dann Ulti hast und hatten Angst bekommen. Wahrscheinlich. Also ich hätte Angst bekommen. Ja, berechtigt, ja. So. Ha! Rampard hat gerade auch so eine richtig dreckige Lache rausgehauen. Hehehe. Ja, ist klar. Die sind komplett gestört. Die sind richtig gut. Pass auf. Ich bin unter euch, ne? Die sind richtig gut. Das ist nicht normal, was die treffen. Wir haben auch einen Bogen, ich glaube. Ich kann es sehen. Die spielen alle Sniper, oder was? Komm, Skynade. Enttäusch mich nicht, Baby. Oh, das ist doch gar nicht schlecht eigentlich. Das sind Revenant, ne? Ne, wir können die nicht pushen, das ist lebensmöde. Boah, was ist das von denen? Ja, wobei, eigentlich müssen wir die pushen, hast du schon recht. Warte, ich muss kurz hin, dann gehen wir. Ich hab kein Schild mehr. Hast du Schild, Selin? Ja. Oh, das ist halt, die haben halt einen Seer, ne? Der Seer ist am Dach, der Seer ist am Dach. Wir müssen, ne, das können wir nicht fighten. Das ist komplett lebensmöde. Das ist völlig geisteskrank. Nimm einen Jumper, komm, nimm einen Jumper hinten, geh weg. Ja. Da ist ein Kämpferkader unten. Jo, bin dabei. Ja. Eigentlich müssen wir uns die Posi da oben grabben. Ja. Die wäre kleiner. Voll in der Lava. Mein Jumper ist in... Hä, von wo? Da ist noch ein Team. Alter, was zur Hölle. Weißt du, die ganze Zeit sind sie wieder nicht da und die jetzt auf einmal... Ach, hallo. Wir müssen da dazu nehmen, Jumper. Ich bin sofort bei euch. Jo, okay. Mein Jumper ist auch gleich ready. Mit dem Jumper kommen wir nicht hoch, ne? Ne, mit dem Jumper kommen wir nicht hoch. Okay, okay, okay. Es gibt eine Kiste, wo man hochgehen kann, glaube ich. I don't know. Eine Kiste? Ja, das ist so eine Kiste. Ach so. Ich glaube, es müsste gehen mit dem Jumper. Okay. Egal, wir fliegen hoch. Aber es ist nicht mehr so, ne? Wir müssen eigentlich da hin. Ach so. Ja, dann gehen wir da rüber. Ja, okay. Da, hier, hier, hier. Da, wobei, hier ist einer. Jetzt hier hin. Die Weltkrieg fliegt rüber. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ich habe meinen Jumper ready. Die haben Reef-Ulti. Zock doch. Ist das geil. Wir können mal über die move'n. Aber die fighten die, die fighten die. Ein Team down. Wo? Hier. Ich habe ihn down. Oh mein Gott, ich bin gerade hier komplett am Raiseln. Ach so, da unten. Jo. Hab's gesehen? Red Shield. Und eine Vantage. Pass auf. Okay, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Stationary Mode. Und go. Hä? Geh doch rein. Wow. Und? Wo? Wo vor uns? Wacker, wer? Habe ich mit der eigentlich Infinite Schuss? Ne, habe ich nicht, ne? Ne. Ach stimmt. Wo, 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 wo? Boah. Ich hasse Kostik. Da hinter, da hinter, da vorsicht, da hinter, direkt da hinter. Bro, pass auf. Alles gut, ich bin profi. Bisschen Bogen drin, falls ihr einen braucht. Nein, meine Ult ist leer. Okay, 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 okay. Da hinten. Ich habe gleich wieder Full. Alter, was ist das für eine Challenge? Was ist das für eine Challenge? Ein geiler Challenge. Wie, ist wirklich geil. On me. Fuse. Oh nein. Ich habe keine... Nice, good job. Ein down. Noch eins, ein Squad. Muss mich heilen, muss mich heilen. Bin mitten im Feuer hier gefangen. Okay, lol. Was für eine Helle. Tabstrap, hat mich gerettet. Roller land, Tabstrap. Die Frage ist, wo sind die? Hinter uns. Hinter uns? Ne, ne. Das ist wahrscheinlich Solo. Oben wahrscheinlich. Wahrscheinlich nehme ich jetzt gleich meine Rampart-Ult. Kann man einen Shop aufmachen, dann können wir gucken. Wie viel Damage hast du? Ich? 1333. Achso. Welchen ist, wenn der 4K geworden ist? Das ist mit Ramparts-Ult, glaube ich, nicht möglich. Also ganz ehrlich, dafür dauert es zu lange. Hier ist eine Korsi-Trap. Da ist Dead Schild hier irgendwo in einem Haus. Ja. Dead Schild. Hä, hier sind so viele Korsi-Trap. Aber ich kenne die Rats-Bas hier. Ah. Nice. Ja, oder so. Let's go. Hannes, du hast die Challenge erfolgreich absolviert. Das freut mich. Nice. Das war okay. War gut, oder? Also für das, dass ich nur die Ulti verwenden darf, war das echt geil. So, jetzt bin ich gespannt. Hey, hey, wild. Okay, das war nice. Das war nice. Geil. Leute, wenn es ihr auch so nice fandet, dann lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Würde mich extrem freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Und ciao. Outro Bis zum nächsten Mal.